Ab, Zustart, zurück. Jetzt hoffen wir, dass wir durchkommen. Oder ich mach... Ah, ich hab noch genug Punkte, das heißt... Ja komm, wir machen einfach noch die Punkte. Ich wollte den anderen Gang noch runtergehen, ich will hier eine Schatztor haben. Vielleicht haben wir was Interessantes für mich. Na, Feuergeister. Ah, das ist schon mal geil. Das heißt, wir das schnell und gesiegt haben. Jetzt würde ich mich freuen, welchen Charakter wir als nächstes bekommen würden. Ich weiß auf jeden Fall, dass diese vier Charakter nur zur Verfügung stehen. Aber ich darf nochmal drei, das heißt, wir machen ein Urschwert, einen da drauf und einen... Ah, die Mutter... Ah, komm, machen wir das Thema. Ähm... Die vier Charakter zur Verfügung stehen, mit denen man kämpfen kann. Und die auch die Gruppe nachher bilden. Jetzt weiß ich nur nicht, wer als nächstes kommt und wer uns überrascht. Ich werde auch ein bisschen wieder... Kann auch wieder sein, dass ich halt wieder zwei, drei Stunden wieder nur Level farm sozusagen und mich gut ausrüste, damit es auch weiter geht. Aber das sehen wir ja dann. Bis jetzt geht es noch. Wenn ich sehe, wie der... Oh, 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 ich sterbe so langsam, dann sollte ich doch mal lieber aufhören. Hey, Schleim! Ja. Okay. Dann gehen wir mal da durch. Gut, dass du es mir verraten hast, dass das da die Schatztur ist. Hätte nur auch als erstes angehen können, aber jetzt ist es eigentlich egal, fast schon. Jetzt haben wir ja die Kristallkugel und dann können wir sehen, wie Ed weitergeht. Aber schon gut zu erfahren, dass wir eigentlich sozusagen ein Wachmann anscheinend waren und wir uns damals schon da befunden haben. Und deswegen haben die sich wohl auch getroffen und er uns gesucht hat. Ich weiß es nicht, wie die sich getroffen haben, kann ich nicht sagen. Ja, auch noch Feuerwehr oder Krankenwagen. Schatz, Ruhe! Kupfersch... Ich frage einfach nicht. Egal, haben wir jetzt... Jetzt habe ich da unnötig halt ein bisschen Geld ausgegeben, aber... So sind wir jetzt hier gut durchgekommen. Würde ich mal fast sagen. Gott, Gott, Gott. Ab nach draußen wieder und dann skimmen wir die Kristallkugel ab und dann... schauen wir mal, wo es weitergeht. Ich würde tippen, dass wir da an den Kontrollpunkt weitergehen müssen oder so. oder doch eine Nachricht bekommen, nördlich zu weiter zu gehen, wo wir uns als erstes rausgefunden zu haben. Das Spiel bockt einfach. Ich habe es, wie gesagt, damals als Kind gespielt und da hat es richtig Spaß gemacht. So, da mal durch zu questen, zu leveln, immer seine Herausforderungen dran zu holen. Mal gucken. Was doch vielleicht noch aus meinem Erinnerungsschatz rauskommt, aber ich werde dem ja viel sein. Flieh doch einfach mal, du... Ist doch blöd, ihr. Ah, wir machen jetzt, glaube ich, den Stiefel-Hopser. Ah, der hat ein bisschen... Der hat noch ein bisschen mehr Krashaden, aber jetzt ist er auch weg. Ah, siehst du, der macht nämlich nichts mehr bei mir. Tschüss. Tschüss, tschüss, tschüss. Lauf, 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 lauf. Ah, nochmal Feiergeister. Feiergeister sind ein bisschen nervig, die sind... auch nicht so... ja, die stark sind es denn nicht. Die sind doch etwas nervig. Da braucht man doch schon zwei Schläge, weil man nicht richtig rankommt. an die. So, letzte Ebene und sind wir eigentlich schon wieder draußen. Ah, komm, machen wir erst hier die... Einmal, zweimal. Ah, wie süß. Ich nehme keinen Schaden mehr von denen. Super. Na, 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 na. Naja, da... Gehe ich jetzt einfach lang. Das ist eigentlich egal, welchen Gang ich gelang... gegangen wäre. Für den E-Beide vorne. Aber nehmen wir erstmal Würfe. Tschüss. Tschüss. Beschleunigung. Tschüss. Und... Pflicht Tschüss. Blau... Fouls. Ah, aus hier oder aus. Mit tiefgebrüll. Dach mit tiefgebrüll kommen wir noch raus. Aber anscheinend nicht. Ah, mach, wie süß. Ah, wie süß. Kein Schaden mehr. Mal schauen, dass wir uns in der nächsten Stadt wieder etwas mehr ausrüsten. So, draußen haben wir nicht viel verloren. Jetzt können wir hier querbeet eingehen. Und dann bringen wir uns zu dem Mann mit der Kugel. Zum Wahrsager. Zack, 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 zack. Ich spam ganze die Leertasse, weil das Ganze die X-Tasse ist. Wo ich auch nicht viel mitmache. zu tun muss. Oder geht die Maus dafür benutzen oder einen Controller mir holen? Aber... Es funktioniert jetzt auch so. B-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b... Das qualmet da immer noch seit Tagen. Weißt du, man muss ja das vorher nicht löschen, ne? Dass da da mich hauert, ich zu qualmen. Nein. Das lässt man weiter lodern. wyn... Und tschüss. Ich weiß gar nicht, welchen Part wir mittlerweile haben. Ich glaube, wir sollten schon die Gamescom hinter uns haben oder so, oder gerade mittendrin. Das könnte sechster oder fünfter oder siebter Part sein. Ja, ich glaube, dann sind wir schon wir noch mittendrin oder schon drüber. Ich glaube, eher drüber. Weil ich so versuche, so den ersten Part so am Tag vor der Gamescom rauszuholen. Das ist dann, weil hier schon mit links drüber und bitte auch nicht vergessen, weil ich das unten immer gerne freien verlinke mittlerweile, immer bei Twitter zu folgen. So, der hat nichts mehr von uns. Hinter dem da. Wollt ihr alle freiwillig da reinschwingen oder so? Wie soll es der Rechts? Guck, guck. Warum? Warum, 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 hä, 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 hä? Und es scheint, wie du es geschafft hast, Valentina fragt. Sie sieht, sogar mit einem Glasball, der große Kalderachat, sieht erst, aber du bist in Metern, die dich nicht kontrollieren. Und du wirst wirst, du kannst meine Kriestallball zurück und viele Male, die du möchtest. Ich will jetzt. Klar. Oh, nicht zuerst in die Wasserball, es könnte ein altes Wund. Was anderes? Ich will jetzt. no, 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 why I threw away my Crystal Ball. Even Valentina has no idea. Give it to me. This time I will smash it into a million pieces, so it never finds its way back to me again. Stop. Please stop. I know. I know. I know. I know where you threw away your Crystal Ball. You, you know. So. Yes. And. Why not? How can you not blame me? Because you were just fortune telling. Just do. I was young to remember, but you were one shit. No one knew where my parents were playing. but to you. Back then, there was nothing I could not see. I was walking on air. Fortune telling was my life. I know. Be the good woman. I cared. It's all right, father. You're a good man. I wanted to see you. Come on, You're a good boy, you're a good man. You're a good man. Das ist normal bei dem Fresssack hier. Mal schauen, was die jetzt von uns wollen. Geht anscheinend weiter. Aber wir sehen, er hat doch seine Kristallkugel anscheinend genommen. Südlichen, okay. Surely not, he has changed, but the Dormegos! Uh, what? Haha, what? Guff, he said the Omegos, right? That's our man. So where'd he go after that? What else? Let me... Huh? What? Yes, no question. This is definitely my old crystal ball, but, huh, it must be... What a kid, something very hard to do this damage. And look, someone has scratched some letters. What? Halfwit? Who's the halfwit? What ignorance? You what? When I ask what else you could say, whatever, I'll come and go. Ja, da hat wohl der Lulichmensch, äh, ein bisschen scheiße angewollt. So, wenn sie zum südlichen... Das heißt, äh, ich will hier raus. Ah, ich muss hier den Tor... Warte, Chef! Äh, wir sitzen hier! Ah, wir sind schon etwas über der Zeit. Wir machen einen guten Scud und sehen wir uns gleich wieder. Wir machen uns gleich wieder. Wir machen einen guten Scud zu, um alle 움 лиp- und sehen wir es Anyway.